Let's play some games, weil Zocken geil ist. Wieder da. Was ist das denn? Charakterbogen. Ah, Punkte. Werte steigern. Ich trage die Ausdauer, kann man auch nicht gerade... Talente. Was ist denn Selbstbeherrschung? Aha. Heilkunden ist wichtig. Besonders bei mir. Wie witzig. Nicht. Ähm. Etikette. Selbstbeherrschung. Noch mehr Etikette. Oh boy. Max. Perfekter. Die noch was. Oh ja, die können auch Werte steigern. Na, auf Max. Äh, Pflanzenkunde. Der kann auch. Ja, machen wir das doch. Ähm. So. Hab wir schon wieder angemacht. Verdammt. Hab ich schon gesagt, hallo? Ich weiß es nicht mehr. War grad so abgelegt. Also hallo. Nochmal, falls es nicht gesagt haben sollte. Niemand nach. Man kann doch nicht einfach jeden Wolf erschlagen und das Gleichgewicht im Dunkelwald so in Unordnung bringen. Halt die Fresse. Ähm, ja. Wir machen jetzt, ähm, 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 ja. Verdammt. Boah, ich hab vergessen. Äh, das zweite Leumundschreiben helfen dem armen kleinen Kerl bei seinem Problem mit der Liebesgelde. Das heißt, wir knackeln jetzt die Truhe. Haben wir jetzt ein bisschen ja riskiert. Sollte jetzt also besser laufen. Darf ich doch. Tada. Und dann... Werden wir wahrscheinlich noch mal zurückgehen und die restlichen Truhen öffnen, weil ich bin ja ein kleiner... Ne? Man könnte ja alles gebrauchen. Man weiß, was da drin ist. kiedy weiter ist sie... hole? Oh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich habe es nicht mehr. Aber ich habe es nicht verkauft. Der Fremde, er hat es genommen. Ach, und hat der Fremde zufällig einen Beutel Dukaten dafür fallen lassen? Ach, schon erwähnt. Ja, tu. Du hast mich enttäuscht. Ich brauche Zeit, bis ich dir wieder trauen kann. Und nun geh, bitte. Aber euch danke ich, dass ihr Drahnur gerettet habt. Als Dank sollt ihr meine Fürsprache beieinander erhalten. Sollte ihm euer Wort nicht genügen, dann sagt ihm, dass ich sonst ausplaudern werde, was er letztes Jahr am ersten Prejostag getan hat. Eheh. So. Schöner Charakterbogen. Gewandt halt. Ach so, ja. Zu euren Diensten. Amazone voraus. Wenn der Kerl mich bestohlen hätte, dann wäre er nicht so glimpflich davongekommen. So. Versuchen wir es nochmal. Ja, ich. Ah, bei ihm hat es geholfen. Es ist sehr schön. Dann gehen wir jetzt weiter. So. Ich würde sagen. Müssen wir noch den Bärenkopf abgeben. Beim Hühnerstein müssen wir vorbei. Machen wir da jetzt hier so neben, quasi nebenbei. Schön, wenn ich glaube, ich habe Hunger. Ich muss bei Zeiten mal essen gehen. Alter. Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad, Motorrad. So ein Wachhund. Alter. Wuff, 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 wuff. Wolfi, was machst du denn für einen Lärm? Ist da etwa jemand? Ihr da. Aber sofort aus mit euch. Ich will meine Ruhe. Okay. Kann man die Freundin irgendwie ansprechen? Was habt ihr auf meinem Hof zu suchen? Oh, das ist ja nett. Oh, das ist ja nett. Gut. Versuche... Das ist doch mit Betören versuchen sollen. Versuch es nochmal. Na, geh nochmal weg, du blödes Horn. Mensch, doch. Na gut, das ist ja nett. Das heißt also, wir brauchen ein Knochen, um das blöde Vieh ruhig zu stellen. Gut. Sohn? Bist du es, Bärwin? Lass dir ja nicht nach oben. Ja. Alter, ich... Irgend... Ja, ich... Scheiße. Das gleiche hier. Mensch, du blöde Drecksko. Bleib doch so, wie du bist. Mensch. Nee, nee, nee. Aber wenn man sich damit ein bisschen abgefunden hat mit dieser, äh, ich sag mal, rundenbasierten Steuerung beim Kämpfen, äh, kann man hier viel Spaß haben. Vor allem, wenn man sich so ein bisschen für das schwarze Auge interessiert. Und, ja. Also, ich kann es nur empfehlen. Definitiv. Ich werde es auch gleich noch weiterspielen. Ich stehe in eurer Schuld. Hm. Was kann denn der verkaufen? Also, mal gucken hier. 100 Pfeile. Ja. Komm. Kauf mal ihn ab. Definitiv. Ich stehe in eurer Schuld. Und wir machen wieder eine kurze Pause. Bis gleich. Oder später.